Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstert die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Probiermachung gegen die Sowjetunion! Arbeiter bauen, weg die Gewehren, weg die Gewehren, du hast. Es flüstert die fascistische Neuverheben, zweck alle Herzen, die Kraft. Schatz, freude, loben, wandern, der Reich, aus dem Land, das auf jeden Fall flicht. Dann steigt aus den Trümmern der Alpengesellschaft die Sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der Alpengesellschaft die Sozialistische Weltrepublik. Arbeiter, hörst du sie nicht? Schreien für Nation und Rasse, das ist der Krieg der Herrscher der Welt. Gegen die Arbeiterklasse! Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich. So lesen! Arbeiter bauen, weg die Gewehren, weg die Gewehren, weg die Gewehren, zu Mann! Dann hat die fascistische Neuverheben, zweck alle Herzen, die Mann! Dann steigt aus den Trümmern der Alpengesellschaft die Sozialistische Weltrepublik. Dann steigt aus den Trümmern der Alpengesellschaft die Sozialistische Weltrepublik.